Musik Die rot-weißen Fahnen fliegen hoch und elf glückliche Jungs aus dem Westen arbeiten zu können. Simmets spielt Hase, bringt an das Spiel zurück und achten Sie jetzt auf den Schuss von Simmets. Und das ist das 3 zu 1 und gleichzeitig der Endstart dieses Spiels. Musik Musik Schauen Sie sich die Szene an, so was haben die überhaupt noch nie gesehen. Die Finnski wartet und sie können jetzt mitzählen. Rotmaß Hessen schlägt Schalke 04 2 zu 0. Musik 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 Und Tor! Schöner Absatzkipp! Und Tor! Und was für ein Tor! Musik 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 Und die Schauf! Die Schaufrechte! Musik 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 Flanke! Kopfball! Tor! 4 zu 4! Putsche Hellwig! 76. Minute! Solch ein Pokalspiel habe ich noch nicht erlebt. Musik 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 Das ist klar! Familien Musik Ja!